Jetzt ist Schluss mit der mühseligen Recherche auserlesener Produkte oder dem Suchen vergangener Bestellungen. Unser neuer Webshop ist einfacher aufgebaut. Schon mit wenigen Klicks gelangen Sie zu den Produkten. Diese sind mit nützlichen Zusatzinformationen bestückt. Entdecken Sie neue, individuell zu Ihnen passende Produkte und lassen Sie sich von unseren Rezepten inspirieren. Im Kundenbereich finden Sie Ihre persönlichen Daten und die Bestellungen der letzten 42 Wochen. Auch Wunschlisten mit Ihren Lieblingsprodukten können Sie dort erstellen und diese direkt wieder als Bestellung abschicken. Bestellen war noch nie so einfach und funktioniert auf all Ihren Lieblingsgeräten. Da taut jedes Einkäuferherz auf.